Das ist fein. Mama, ich komme! Ja, fein! Jesse! Jetzt wird das ja bei ihm. Siehst du schön aus? Naja, danke. Ich will ja keine Spaßbremse sein, aber ich möchte dir gerne etwas auf eine super liebevolle Art sagen. Könntest du dich heute bitte nicht vorlaufen lassen? Oh, na klar. Easy peasy. Ich meine das ernst. Okay. Willst du tanzen? Nein, dann denken wir noch, wir sind ein paar. Das denken sowieso schon alle. Bitte, bitte, bitte. Wenn ich jetzt gerne eine sehr gute Idee habe. Ich muss nur noch mal eins machen. Ich muss nur noch mal ein paar Minuten verpassen. Aber ich muss jetzt noch mal ein paar Minuten verpassen. Aber ich muss auch noch mal ein paar Minuten verpassen. Vielen Dank.